Ich bin im Schwarzbildschirm! Und welche Farbe hat der? Mach mal bereit, Keks, mach mal bereit. Boah! Alter, ich bekomme die ganze Zeit in Lauch... Sind Sie sicher, dass Sie dieses Programm starten wollen? Ja, sonst hätte ich nicht gestartet, Alter! Jetzt bin ich aber noch im lauter Bildschirm, Alter, ich bekomme Herzen... Äh, nicht Herzen, ich bekomme Schlagung voll. Halt die Fresse, Alter! Mir geht's die ganze Zeit in diesen Scheinstabel in Laune... Sauer, ganze Leistung... Halt... Deine... Fresse! Ich bin nicht der, der durch die falsche Tür gegangen ist! Ja, das hat mir aber auch niemand gesagt! Ihr habt gesagt... Keks hat gesagt! Ja, ihr habt gesagt, geht aufs Dach! Und wir gehen über das Dach rein, und wenn da ne Tür da ist, dann geht da... Schlüsselkarte verwenden, dann geht man davon... Die Richtlinie! Keks hat gesagt, die, wo unten landen, ist halt Warten, der geht oben durch die Tür! Ja, doch gesagt, ich lande oben, von da hab ich von Anfang an gesagt! Du warst aber nicht oben! Wir rennen von ganz oben! Das gehört genau... Das gehört genauso zum Dach dazu, wie jeder andere Part vom Dach auf! Es gibt aber ein Dach, das noch weit oben ist! Ja! Aber davon war nie die Rede, wie er mir davon erzählt hat! Doch! Nein! Jetzt nur gesagt, aufs Dach hoch! Ja, aber Keks hat gesagt, dass die, wo ganz oben landen bleiben, wo die Moten sind, warten bis... Ja, er hat gesagt, weil die anderen haben es nicht geschafft! Dann bin ich davon ausgegangen, dass du einfach zu doof hast, um oben aufm Dach zu landen und dass du einfach unten gelandet bist! Ich habe gesagt, auf die, die unten landen! Warten! Und ich gehe nach oben und öffne die verfickte Tür! Hey, Apfel, müsst ihr euch mal beitreten? Ja, dann können wir noch eine Stunde warten! Jetzt starte doch mal neu! Wollten wir nicht um neun den Roadtrip machen? Den können wir erst vergessen! Ja gut, dann könnt ihr jetzt noch mal eine halbe Stunde warten, bis ich drüben will ich jetzt noch! Wir warten doch jetzt mal ne halbe Stunde auf das! Ich konnte nicht... Alter, 4 funktioniert nicht! Task Manager! Wollt keiner fehlen! Wie lange ist denn dein alter Account schon Mitglied? Warte, wie lange ist Luca ein Mitglied? Kannst du das nicht bitte einfach mal joinen? Nee! Er ist im lauter Bildschirm, deswegen! I have a feeling! Ich schlafe gleich ein, wenn du jetzt nicht mehr lang wirst! Ey, Apfel, kommst du gleich langsam mal rein? Ja, ich wollte es auch mal zeigen! Er ignoriert uns schon noch... ... 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 Der Typ, der fünf Jahre braucht jetzt endlich mal einen anderen. Was juckt es, deine Oma, wenn deine Nütte raucht? Deine Oma ist noch aus DIN. Ja, aber deine Oma müsste eigentlich aus der Zeit kommen, in der Rauchen noch gesund war. Ja, da konntest du sogar als Jugendglicher-Zigern-Wett-Kaut. Ja, ich kann kein Spielball zählen. Jetzt stürzt es gleich wieder ab. Mach jetzt aber schnell, Leute. Ja, ich bin eigentlich immer noch im Ladebildschirm, ist das Ding. Grotti, eine Frage, hat mein Göttel dich grad auf meinem Tisch rumgeschlagen? Nö, hab ich nicht gehört. Ich war auch nicht. Halt die Fresse. Ja, ist so'n wunderschöner Tag heute, Alter. Einheit, du wirst, müssen wir in 10 Minuten den Roadtrip aufnehmen. Schaffen wir, oder? Nein, schaffen wir nicht, Grotti. Ja, Apfel, halt's Maul. Ich wollt grad dasselbe sagen, halt's Maul. Apfel, wie lange brauchst du denn noch? Ich kann doch auch nicht für das Spiel. Doch, du kannst Luca irgendwann mal in der Schule schlagen, weil wegen ihm du das Spiel neu starten musst. Das wär nie passiert, wenn er nicht in die Tür gegangen wär. Die Tür hat uns erlebt. Das wär nie passiert, wenn du dich gegen den Spach flogen wirst. Das wär nie passiert, wenn du dich gegen den Spach flogen wirst. Das du fünf Jahre brauchst und GTA neu zu starten. Ich musste dafür wirklich auch... Ich musste sich neu starten, wenn du klug imisierst. Ich musste... Ich musste sich davor auch GTA neu starten, aber mein PC ist einfach... Aber mit dir dauert's nicht so lange. Oh, ich heule grad. Das ist sentimentar, ihr Finger immer an. Apfel, wie getaustet. Hey, Apfel! Du kriegst fünf Prozent weniger, wenn du jetzt nicht Goldie antwortest. Nö. Ja, was ist denn?! Ich genieße den Moment, wo ich keine Menschen töten wusste. Ich hoffe, du nimmst jetzt grad alles auf. Was kann ich... Mach'n Highlighter raus. Ja. Gestern wusste ich so viele Menschen töten oder... Du hast heute auch schon so viele Menschen getötet. Entweder der Machmann hat geschrien oder Kekse hat die... Scheiß Kopfschuss verpasst. Das war gestern. Das war gestern. Wie schaut's bei euch aus? Ja, also... Magitia, ich hasse dich. Apfel, ich geb dir einen Tipp. Drück Position eins. Hab' ich doch schon. Ich bin mir trotzdem nicht. Jo, hallo zum... Hallo, herzlich willkommen zum Wartesimulator. Was ist? Hallo, herzlich willkommen zum Wartesimulator. Spielbeitreten. Anfrage zum Beitritt, wo du dann auch ein X versendet. Der sagt, ja doch zehnmal. Dann schau' ich doch rum. Ich hab' so'n Gefühl, Apfel müsste dein Laptop mal neu starten. Ich hab' Kopfschmerzen. Wenn du jetzt durchstarten, dann sitzen wir bis halb zehn, dass er mal drinnen ist. Ich kann nicht mehr. Das ist alles deine Schuld als Halsgestresse, Luca. Nein, so. Hätten wir nicht das erste Mal alle neu starten müssen, dann wären wir gar nicht erst zu weit gekommen. Hättest du nicht die Tür geöffnet? Nein, dein Geschehen ist davor passiert. Luca, wir beide waren die Einzigen, das Spiel neu gestartet hat. Aber wegen meinem, wegen meinem Fehlverhalten muss ich nicht mein Spiel neu starten. Ja, aber wegen deinem Fehlverhalten haben wir's davor nicht geschafft. Wir mussten den versuchen, wo ich den geöffnet habe. Das war doch gar nix. Da freut dich, da freut dich mal, wenn du in dem scheiß Killer drin stehst. Das war gar nix, Luca. Was? Das Schwere kommt erst noch. Ich hab' dir nicht gesagt, dass es schwer war. Ah, ich kann sogar nicht gleich in die Presse schlagen. Ich hab' nur gesagt, dass es nicht so weit gekommen wäre, wenn du... Soll doch, das sei's Spiel. Ich hab' nur gesagt, dass es nicht so weit gekommen wäre, wenn du mich davon nicht an die Wand... Mein Leben lang nicht so gut gelacht wie heute. Ja, aber wahrscheinlich nicht so... schon lange nicht mehr so gut geraget wie heute. Ach doch, das ist ja... Ja, Alter! Wenn ich einmal aus auf den Weg überfahren muss. Luka darfst du kurz sagen, ich rage jeden Tag, wenn ich Rainbow spiele, also... Ey, Leute, wir... Wir haben für einen Try jetzt 5 Minuten nur so gebraucht und haben 20 Minuten auf Apfel gewartet. Wie lange haben wir... 5 Minuten ist zu viel. 5 Minuten ist zu viel. 2,5 oder so. Für den letzten... Und haben wir uns 20-25 Minuten auf Apfel gewartet. Apfel, hör doch auf den... Hör doch auf den... Hör doch auf den Aufnahmeprogramm zu starten. Was hab' ich versprochen? Okay, ich hab' mir versprochen, dass das der letzte Raumüberfall war. Und ich fand, du wirst doch bloß den Strand auskaufen. Wir warten doch bloß einen Roadtrip machen. Wie... Wo ist alles schief gegangen? Gotti? Ja? Wir haben noch 5 Minuten bis zum Roadtrip. Eintrack geht nicht raus. Nenn die Folge bitte 5 Minuten bis zum Roadtrip, Alter. Alter, ich stack meine Gitarre nochmal neu. Nein! Ich stack meine Gitarre nochmal neu. Nein! Ich dreh jetzt zum 10. Mal Kingsby. Dreh doch einfach mir ohne Grotten bei. Ja, wenn's die... Du kriegst die Gruppe dabei. Darfst du sich irgendwas ändern? Naja, aber wenn ich hierbei kriege... Ich bin... Apfel! Ich bin... Ich kann aber nicht mehr selber weit treten! Apfel, bist du grad schon in der Lobby? Bist du grad schon in der Welt? Dann warte doch erst, bis du in der scheiß Welt bist! Ich bin seit 15 Minuten... ...siegt die Silke... Ich wusste, wenn diese scheiß Presse... ...von die Leute jetzt starb... ...und es laut ist... Oh Gott! Oh nein! Alter, wie hoch! Ich seh die Typen jetzt so 10. Maler, die kann ich nicht mehr aussehen! Oh Gott! Oh Gott!